Willkommen zurück bei Puzzle Agent. Wir sind im Weltall. Warum auch immer. Wobei das da rechts nicht auf Welthallen hindeutet. Das links schon, aber das könnte dann etwas anders sein. Nehmen wir mal die Kaugummis mit. Was gibt es hier noch? Gibt es irgendwas anzusehen? Ich würde gerne mal zuerst rausschauen. Hm, er sagt nichts dazu. Dann... Oh, noch ein Kaugummi. Reden wir mal mit ihm hier. Wo bin ich? Wait, do I know you? Der Antwort der Licht. You're the foreman, Isaac Davner. What happened to you? Siehe, dass es nicht nur in seinem Kopf ist? What are those things? The gnomes? Mo. Was that real? Yes, what is it? Drop paths to reconnect the loose ends, red to red and yellow to yellow, but be careful not to let the wires cross. A path segment can run between any two adjoining points. Okay. Was that real? Ah, es ist knifflig. Das geht ja nicht, oder? Wenn ich das jetzt richtig gelesen habe. Ich denke, hier ist noch ein Hint. Connecting yellow to yellow is a straightforward task. The tricky part is connecting the red to the red. Reset bitte. Okay. 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 So. So. Okay. Okay. Ich weiß schon, im Hintergrund sitzt jetzt wieder hier lieben Zuschauer und sagt, ah, das geht zu uns, aber ich habe keinen Plan. Die gewinnigen Schritte werden jedes Punkt auf dem Bild. Was? Was? Oh mein Gott, das ist wieder so ein irrsinnig schwieriges Zeit. Kann man nicht so? Wieso kann man nicht so? Da brauche ich mehr Hinz. Schauen wir mal, ob es noch einen gibt. Hier ist ein Teil der Lösung. Der geht also ganz am Rand. Ach, komm mal bitte. Runter rechts und dann runter rechts. So müsste das jetzt aussehen. Ja. Oder? Das sind 1, 2, 3 hier. 1, 2 hier. Okay, das heißt, das gehört... Das gehört hier weg. So gehört das. Gut. Ah, tatsächlich. Jetzt verstehe ich es. Okay. Und das hier außen rundherum verstehe. Gut, da hätte ich vielleicht doch selber drauf kommen können, aber das hätte wahrscheinlich noch ein Zeitchen gebraucht. Mal schön, dass wir es geschafft haben. Ah, was tun wir hier? Im Weltall? Oder was auch immer das hier ist. Oh, wir sind nicht im Weltall. Es war doch im Kopf. Schön. Jetzt sind wir also doch in der Lodge drin. Oh, was ist passiert? Ich habe dich unbewusst in den Wörtern gefunden. Habt sie zu dir gesprochen? Wer spricht mich? Ein Kogummi. Die Zwerge sind herrlich. Was gibt es hier zu sehen? Ich habe eine Fotografie von der Bruderhöhung. Isaac und Mike Lobb sind ein Teil dieser Gruppe. Und sie sind Freunde. Interessant. Uh-huh. Okay, ich werde jetzt ein paar realen Antworten. Was ist hier genau passiert? Was ist mit diesen Leuten? Sie sind in tiefen Meditation. Wenn Sie sich aufbauen, dann lassen Sie sich hören. Die Zwerge sind. Da werden Sie nicht mehr Mysterien in Leben. Sie können nicht lösen. Sie können es sich selbst sprechen. Wenn Sie sich auf die Lösung haben, wenn Sie haben. Was sind diese kleine Zwerge? Sie sind nicht Zwerge. Sie sind Menschen. Older than any of us Living in what nature still exists around us Isaac Dabner's still alive, isn't he? The lock on the factory door He didn't build it himself You put it there to keep him in Or to keep people out He has been spoken to It is actually a great honor to have been chosen Chosen for what? That is not for us to ask I'm gonna need a second to question these people Do what you must Wow, okay I think they could not say much The anger of the hidden ones is expressed in puzzles The probability is You will be able to solve security's riddle Blind Lars Yorkson mother knitted him 25 pairs of socks Five strapped, five played, five spotted, five argill And five with hours playing fiddle Being a teenager, Lars failed to pair his socks and threw them randomly in his drawer How many socks must last pull out before he can be absolutely certain he is holding at least one matching pair Is this a probability of a sign? Five, 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 five Five, five, five Five, five, five Five, right? So, what is this? Sorry, wrong runner, read through the puzzle again and take another guess Yeah, but It's in 25 things Five, five, five Eins, zwei, drei, vier, fünf Five, five, five is 25 Das heißt, die Chance ist Zwei Vier halbe Jetzt gibt's nur noch zwei Aber sechs ist schon Ja, dann zehn Aber sechs ist schon Ich hab jetzt keine Ahnung, wie ich drauf kommen würde Aber Ist wahrscheinlich auch falsch Ist wahrscheinlich sechs Schön Wieso auch immer Das ist ein Stück der Maschine, die Lockung der Faktorien Wo hast du das? Ich glaube nicht, Agent Tethers Ich glaube nicht, dass du siehst Siehst du sie, nicht? Hörst du sie zu ihren Worten ihren Riedel Edward knows it's time to stalk the Windewatchee river with wrigglebacks. Drag the fork clutches of fish to release points, keeping in mind these rules. Screws will swim towards the river, splitting evenly at each fork. A screw that can't split evenly will be paralyzed with indecision. Marsh, marmots will eat all fish who enter their turf. The marmots are either in mythpick, marsh or abdominal swamp but not both places. Exactly 16 fish must arrive safely at the river, no more and no less. BOOM! Was? Was? BOOM! The marmots will swim towards the river, splitting evenly at each fork. A screw that can't split evenly will be paralyzed with indecision. Marsh, marmots will eat all fish who enter the turf. Their marmots are either in mythpick, marsh or abdominal swamp but not both places. Exiglis 6, der Fischmuster ist sicherlich auf dem Wasser. Keine Ahnung. 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 Womit ich, ob die Marmots in der Marse oder die Schwamp sind? Ein Hint bitte. Der kleinste Kletcher Fisch sollte in den seltensten Platz werden. Der Kletcher von vier Fisch wird ein paar Verlust, bevor sie den Riechen erreichen. Keine Ahnung, wo die Marmots in der Marse sind. Das müsste eigentlich so sein, wenn ich die zwei umtaschen noch muss. Dann müsste es eigentlich so stimmen. Gut. Noch ein Versuch und somit schon vertauscht. Ich hasse dieses Geräusch. Gehen wir noch einen. Die Gruppe von sechs Fischen wird durch den Abdominal-Swamp. Während die Gruppe von acht wird durch den Milfpig-Marsch. Dann muss ich jetzt so sein. Meine Leistung als Puzzle Agent wird langsam ziemlich schlecht, weil die Rätsel auf einmal so schwer werden. Die sind verdammt schwer, die Typen. Gut. Was? Brianne hat Fotos, das show a Quorum of Crows, auf seiner Kleine, eine dunkle Omen. Begemerkt, dass die Bildung überläuft. Was ist das Minimum-Nummer der Grows-Picture? Was? Der ist ... Drü ... Okay, überlegen wir mal die Zerbille-Könne-Denzen. Da haben wir mal 1, 2, 3 Raben. Ich zeige das so schön mit dem Finger auch hin und her, aber das seht ihr ja nicht. Die haben keine Ähnlichkeit, denke ich mal. Die zwei könnten natürlich schon das hier sein. Das bedeutet, 1, 2, 5, 6, 7, 8. Ich sage mal, 8. Wenn es falsch ist, verwenden wir gleich mal einen Hinweis. Einen schönen Hinweis. Das war so klar. Jetzt habe ich nicht gelesen, was er da schreibt. Wenn die Bilder richtig verpflichtet sind, gibt es ein blaues Bord an jedem Ende der Linie. Okay, das ist das Ende. Das bedeutet wahrscheinlich, diese sind... Also 1, 2. Die Zöller sind dann aus 8, da kommt eines. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oder 7. Was ist das Minimum, ob ich in der Fotosalber überlebt? Meine Güte, sind die jetzt schon schwer geworden? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hatte ich aber schon mal, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Kann ich 11 gehen? Das sind ja dann alle. Das kann ja gar nicht stimmen. Ich will es einfach nur schaffen. Was? Was soll mir das zeigen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, oder 8? Ich verzweifle. Dann probiere ich noch 8, also dann lasse ich es. Ich verfolge es eh schon in Überlänge. Hahaha. Leck mich. Ich würde es ja gar nicht schon schaffen. Ich schreibe noch einmal die Hints an. Ich schreibe noch einmal die Hints an. Ich schreibe noch einmal die Hints an. Es sind 5. Oder nicht? Ja, haha, Gott sei Dank. Und wieder nur Borderline. Und das werden wir in der nächsten Folge tun. Bei Puzzle Agent. Bis dann. Ich schreibe noch einmal die Hints an.